Der Zinkendrop, dieser Absatz im linken Teil, benannt nach dieser Region, die Zinken heisst. Und das Spitzenfeld hat sich schon in die Länge gezogen. Die Fahrerinnen passieren in diesem Augenblick die zweite Techzone, unverendet für das Spiel. Hopp, 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 hopp! Hopp, hopp, hopp! Kommt rein, komm, komm! Richtig! Gehe! 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 Die begrüssen wir jetzt dann gleich hier als neue U23-Schweizer Meisterin. Sina Frey! Sina Frey gewinnt hier überwiegend. Dass ihr eine große Komplettung habt. Drei Knotis. Ich habe es einen unbeiratenden Europameister gegeben. Und die Weltmeisterin mit Vorschlag zu bringen. Große Anruf! Gehe! 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 Bekä! Bekä! Hallo! Halt, warum? Wie ist es? Wichtig? Wie ist es? Ich habe es ein paar Sachen gemacht. Halt, indem ich die Menschen so gut representations, wie ich hier bin. Ihr habt ja einen Lecker. Ja, ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020